Nach dem Fail-Bahn wurde ich jetzt tatsächlich entbannt und dem Scheiß-Mod wurde seinen Rang entzogen. Und zwar wurde ich von gommelhd.net-Server für unerlaubte Client-Modifikationen permanent gebannt. Ich kann euch in der Beschreibung am besten oder werde ich euch das Video verlinken, wo mein Entbannungsantragsvideo, also mein Entbannungsantragsvideo ist und dort drin ist auch nochmal die Szene aus der Sicht des Moderatoren oder besser gesagt des Supporters, weil er Supporters aufgenommen hat. Und jetzt kann ich euch erzählen, wieso dieser Supporter aus dem Team geschmissen wurde, weil es geht nicht darum, dass er ein Fail-Bahn gemacht hat, sondern was er noch alles dazu gemacht hat. In diesem Screen sieht man übrigens, und ich rede jetzt hier gerade von Max Ledeo und nicht von Kevin, dass er am 19. März seinen Moderator erst bekommen hat. Davor war er übrigens Supporter und ja, das ist jetzt nicht mal ein Monat her. Und inzwischen ist er non-Premium, weil er sehr viele Fehler gemacht hat. Und nichts ging in das Gommelteam, sie haben absolut richtig gehandelt und haben sich darum auch um die ganze Sache gekümmert, also auch Props an das Gommelteam wirklich, dass man da auch wieder was unternommen hat. Und zwar sehen wir hier den unseriösesten Supporter, den es wirklich gibt. Und zwar habe ich ihn auf Twitter angeschrieben, weil er seit vier Tagen nicht geantwortet hat, nachdem ich einfach nur nach dem Beweisvideo gefragt hat, was schon mal ein bisschen skurril war, weil man sah bei seinen Aktivitäten, dass er sehr wohl irgendwo anders kommentiert. Und er wusste selber, dass es ein Fail-Bahn ist. Jetzt komme ich mal zu der Sache, warum er wusste, dass es ein Fail-Bahn ist. Man müsste eigentlich mindestens zwei, zehn haben, um eins zu warnen, außer natürlich jetzt Flikes oder ähnliches. Er hatte lediglich eine. So, das war jetzt erstmal das Problem, darüber wurde auch ein bisschen geredet, sag ich mal. Und dann habe ich hingeschrieben, also kommst du heute noch ins Forum? Da dachte ich mir nämlich, hey, er hat auf seinem Forum-Account sein Twitter verlinkt und bei Twitter hat er, hey, ich bin Gommel-Supporter und Anon und bla 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 alles da hin reingeschrieben. Übrigens hat er alles parteiisch für Anon gemacht. Jetzt mal so nebenbei. Und da hat er geschrieben, ja komm ich. Dann schreibe ich, und wann, Töcke, eine ganz normale Zeitfrage? Und er schreibt, ich habe auch ein Reelove, bitte warte, bis ich Zeit habe. Eine ganz normale zeitliche Frage beantwortet er mit so etwas. Das ist einfach nur komplett unseriös für einen Gommel-Moderatorin. Aber gut, dann schreibe ich das, wenn du eine ganz normale Frage beantworten solltest, ob in 20 Minuten oder erst in vier Stunden. Dann schreibt er, es kann auch ein bisschen länger dauern, da ich noch, oh, Entschuldigung, äh, so, äh, da ich noch viele Sachen erlegen muss. Ich bitte um dein Verständnis. Und, ähm, das ist, wo er dreist gelogen hat. Er war zu dem Zeitpunkt aufgekommen, wenn man sieht im Destroy-Stream, dass er auf der Community ist und dort random rumläuft. Und es ist sowas von eine dreiste Lüge. Dann denke ich mir auch nur wirklich, nein, sowas kann einfach nicht sein. Dann schreibe ich zu ihm auch noch, und wäre es nicht möglich, dass du in der Zeit, wo du auf Twitter bist, mir den Link vom Beweisvideo per Handy im Forum zu schicken. Dann schreibt er, das muss ich erst selber aufnehmen. Jetzt kommt die Szene, wo man auch noch erkennt, dass er die Szene gar nicht hat, dass er nur eine Szene hat. Und die auch komplett legend ist, wie man im, äh, unten in der Videobeschreibung, weil man im Bannungsvideo sieht. Ähm, und zwar hat er die Szene noch nicht aufgenommen. Er hatte die nämlich aufgenommen. Aber ihm fehlte noch die zweite Szene, weil er nur lediglich eine hatte. Und, ähm, er hat es versucht, hinaus zu zögern, weil er da nichts anderes gefunden hatte. Und ich meine, wenn er sich das Replay anguckt, wieso sollte er die Szene nicht direkt mit aufnehmen? Hm, gut. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass wenn man jemanden bannt, dass man dann die Beweise schon haben muss. Ähm, jedoch schätze ich das wirklich, äh, also ich schätze mal, dass man das auch haben sollte, wenn man jemanden bannt, dass man dann schon die Beweise hat und nicht erst sagt, warte, du willst ein Bann werden? Ja, warte, ich, ich bring noch mal ins Replay. Gib mir vier Tage Zeit. Also, nachdem ich, nach dem Beweisvideo gefragt hat, hat er tatsächlich vier Tage lang, ähm, sich Zeit gelassen, bis er mir das Beweisvideo geschickt hat. Ja. Und bei diesem Tweet dachte ich auch nur, ist das jetzt sein Ernst? Das hätte man komplett anders formulieren können. Aber er hat das so abgehoben, er hat das so abgehoben formuliert, at maxld.de, ich habe eine Frage, wäre es möglich, dass, ja, okay, die Rechtschreibung lässt zu wünschen übrig, dass du mir den Max, na, mal, okay, Rechtschreibung lässt immer noch zu wünschen übrig, äh, dass du mir den Namen maxld.de geben könntest. Ich bin Supporter auf Gomme. Das wäre mega nett. Und das kommt so unseriös. Das glaube ich echt gar nicht bei diesem Moderator. Und jetzt kommt das Beste, und zwar, ähm, sieht man hier, dass ich am Sonntag nach der, äh, nach dem Beweisfrage, aber er hatte den Beweis noch gar nicht aufgenommen, ähm, was schon ziemlich komisch ist. Und der Banngrund ist, nachher, wie wir gleich sehen, oder wie wir jetzt sehen, Range und Kill-Aura. Da denke ich mir, was hat das nur im Entferntesten mit Kill-Aura zu tun? Ich meine, Range, okay, das kann ja wirklich auch aussehen, aber ich glaube, bei meiner Aufnahme sieht man einfach eindeutig, dass es nicht so ist. Aber was hat das mit Kill-Aura zu tun? Weil ich da einmal nach rechts geguckt habe, oder wie jetzt? Und nach seinem unseriösen und dreisten Verhalten, dass er ihn einfach dreist anlügt, und dass er Partei ergreift, ähm, dass er alles nicht aufgenommen hat. Also, dass er alles nicht gemacht hat, wurde er, glaube ich, dafür aus dem Team geschmissen. Ähm, es könnte auch sein, dass davor schon was passiert ist, jedoch ist das, glaube ich, der Hauptgrund, dass er jetzt aus dem Team geschmissen wurde. Deswegen, also das ist der Grund, dass er jetzt aus dem Team geschmissen wurde. Ähm, ich habe übrigens eine beschwerde E-Mail an die Teamleitung geschrieben. Ebenso, danke nochmal Paolo, der hat mir da auch weitergeholfen. Der wollte auch nochmal Jonas, äh, mit Jonas, also mit Sarox darüber reden. Und, ähm, ja, am Ende kam es halt raus. Dann kann ich euch jetzt einmal kurz zeigen. Und wir sehen übrigens, wie der gute Sarox sich dann darum gekümmert hat. Und wirklich vielen Dank nochmal an dich, Sarox. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du genau auf das Thema gestoßen bist, aber, äh, dank der Beschwerde E-Mail durch Paolo oder im Allgemeinen einfach, weil sie Sarox, also so habe ich das jedenfalls verstanden, um die Präumum Plus Leute kümmert, die gebannt werden und dort überprüft, ob alles regelkonform ist. Und, ja, das war es halt in diesem Fall nicht. Ähm, und in dem Fall habe ich auch geschrieben, dass er bei Cheese Zocker noch um 23 Uhr noch eine Nachricht hinterlässt und dort überall noch schreibt und sich extra nicht um diesen Abundance-Antrag, äh, gekümmert hat. Und, ja, wegen diesem Verhalten allgemein wurde er auch vom Außenkommal-Hitgl-On-Edge-Team geschmissen, ähm, soweit ich das jetzt alles auch richtig erfahren habe. Und, ja, das war eigentlich soweit das Ding. Er ist jetzt Non-Premi-Aufgomme und er hat es meines Erachtens mehr als nur verdient. Und wir können jetzt noch einen schönen Befehl machen, und zwar klein.io.info.maxld und wir sehen hier, dass er kein Moderator mehr ist.